Atlas. Klartext. Brauchen ARD und ZDF eine Reform? Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland ist in der Krise. Es fehlt das Problembewusstsein hinsichtlich der weltanschaulichen Schieflage. Bezahlen müssen die Bürger, die, anders als in der Schweiz, kaum politischen Druck ausüben können. Wäre der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland eine Aktie, fände er zahlreiche Investoren. Eine Insolvenz ist faktisch ausgeschlossen. Es gibt eine rechtlich verankerte Einnahmengarantie. Der Umsatz steigt zuverlässig. Zuletzt waren es rund 8,5 Milliarden Euro, auf die sich der jährliche Pflichtbeitrag addierte, den alle Bürger und viele Unternehmen entrichten müssen. Selbst der Etat des Auswärtigen Amtes ist kleiner. Seit 2017 geht es für ARD, ZDF und Deutschlandradio finanziell stetig nach oben. Dennoch herrscht Ungemach. Die Sender spüren, dass sie Unterstützung verlieren und Vertrauen verspielen. An der Bereitschaft zum radikalen Umdenken mangelt es jedoch. Die Zahlen sprechen eigentlich für sich. Selbst die im Auftrag des ZDF von der Forschungsgruppe Wahlen erstellten Daten beschreiben einen Rückgang des Vertrauens vom Januar 2021 bis zum Januar 2023. Von 70 auf 63 Prozent. Parallel wuchs der Anteil derer, die kein großes oder überhaupt kein Vertrauen haben, dass ARD und ZDF wahrheitsgemäß berichten. Von 27 auf 35 Prozent. Eine Umfrage der Demoskopen von INSA aus dem vergangenen Herbst ermittelte nur rund 40 Prozent, die der Arbeit von ARD und ZDF vertrauen. Wer Probleme lösen will, der muss sie erkennen. Daran hapert es. Während in der Schweiz mit der Volksinitiative »200 Franken sind genug«, ein gewisser Spar- und Gesinnungsdruck auf den öffentlich-rechtlichen Sender aufrechterhalten wird, passiert in Deutschland gar nichts. Dabei wäre es bitter nötig, erstens die drei kleinen ARD-Anstalten aufzulösen, zweitens ein Magazin zu lancieren, das statt aus linker, aus bürgerlich-liberaler Perspektive auf die Welt schaut, drittens Diskussionsrunden politisch gleichgewichtet zu besetzen, viertens die Intendantengehälter zu kappen und fünftens den Beitrag zu senken. Die größte Herausforderung für Deutschlandradio, ZDF und ARD aber besteht darin, den Pfad der ideologischen Voreingenommenheit zu verlassen und den Pflichtzahler als das wahrzunehmen, was er trotz allem öffentlich-rechtlichen Belehrungstheater ist, ein mündiger Bürger. Atlas. Klartext.